Ja, das ist 5 und 6 Komm her Du Arschkopf Haha, oh, was ist das, wie sieht das Ding denn aus? Alter, wie sieht das, wie sieht das viel aus? Das war ja übertrieben Das ist eine Stromversorgungseinheit Strom einschalten Yes Der Aufzug hat wieder einen Strom Hey, yo Oh, nee, oder? Sag bloß, jetzt kommt das Ding runter Das dauert ungefähr 4 Minuten, bis der Aufzug kommt Alles klar, dann warten wir Der Bereich ist wohl aus Sicherheitsgründen abgesperrt Hoffentlich nur vorübergehend Rouladen öffnen Yeah Lässt sich wohl später erst öffnen Hallo, Freund Hallo Yeah, ausgewickelt Oder den Gangs gemacht Umwerfen Tod Stier Oh, verdammt Weg hier Weg hier Oh, Mann ey, diese 5 und 6 regen auf Weg, 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 weg Weg, weg, weg Weg, weg, weg Weg, weg, weg Weg hier Wegst Hilfe, was soll ich machen? Weg, 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 weg Ey, Junge Ich hab doch gemacht Ey, 5 und 6 ist das irgendwie voll verbirgt Ey, ja, sorry Leute, ne Müsst ihr bisschen vorspulen Ey, man, ey Ja, komm, ich hab's kapiert Oh, Mann Nochmal Ich muss mir eine Baziker, glaube ich, holen Verdammt, hätte ich mir eine Baziker geholt Ich hätte direkt einen Hit Einen Hit töten können 5 und 6 geht nicht, Mann Genau wie bei diesen Gandalf, ey Der schon tot ist, ey Mein Gandalf war Und war genauso gewesen Ja, komm, komm Mach mich schnell Ah, hier ist noch so'n Ding Ah, hier ist noch so'n Ding Okay, gut Dann gehen wir nix mehr hier lang Schnell weg, 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 weg Ey, 5 und 6 Ey, ich tick gleich aus, ey Was ist 5 und 6? Ich tick gleich aus, Junge Ich krieg die Krise Oh, hier ist nix Ab von mir Ja Ey, 5 und 6 geht nicht, Mann Warte mal, 5 und 6 ist zoomen, ne? 5 und 6 Marke wählen 2 Ah, okay 3 ist Enter Und 2 ist Marke wählen Ah, weg hier, bevor die wieder kommen Ja, Mann, komm Ey, wieso kann das Ding, wieso geht das Ding eigentlich zu? Wegen Sicherheitsgründen, oder wie? Hör auf, so schnarchen da oben, ey Bist du voll an und rum Mach das so die ganze Zeit Komm her, man, ich kill dich einfach Ganz easy Komm her umdrehen man gibt mir einen Kick ich habe dir einen Kick, den wirst du nie wieder vergessen schau mir ins Gesicht, Junge guck mir ins Gesicht guck mir ins Gesicht, Junge Starter, guck mir ins Gesicht ey, Junge ich muss mich jetzt ganz oft heilen, es geht nicht anders ich laufe einfach im Kreis vielleicht funktioniert es ja nachladen schön weg hier ja man macht mir den Scheiß auf ja jetzt muss ich abhauen oh, ja ich habe mich gedrückt aha oh NATO JAGOP komm her ja komm her ja, assistance ja, schaute Ja, Pech gehabt, ne? Eier Kopf, ey. Au ab, ey. Oh, ne, ey. Immer 5 und 6. Wieso nicht 1 und 3? 1 und 3 kann ich machen, aber nicht 5 und 6. Jetzt hier lang. Komm her. Oh, Mann, ey. Komm da runter, Mann. Kommt der hinter mir? Kommt der, kommt der? Komm her. Ja, nee. Du musst auch kommen. Schön, ne? Ja, Mann. Ja, Mann. Man stirbt ja eigentlich. Scheiße. Kacke. Wer warst? Brandgranate hilft das eigentlich? Oder Minenwerfer? Gucken, testen, testen, testen. An die Eier. Hau ab, Mann. Das ist eine Mine. Wieder an die Eier. Ja, haha. Mission. Weg hier. Ich habe Angst. Ist er tot? Ich denke nicht, oder? Moment. Ah, schon. Komm, stecke. Ah, der ist tot. Yeah. Jawoll. Kronjuwil. Wozu kommt das denn hin? Ja, jetzt kommt der Aufzug. Ja, ja. Erst wenn ich ihn gekillt habe, ne? Ja, ja. Kronjuwil. Ah, das kommt hier hin. Yeah. Ich glaube, eins fehlt noch, oder? Ja, das ist eine Mitte. Also noch so ein Vieh töten. Oh, nee, ey. Dann bestimmt nichts mehr eine Besucher-Mitte, ey. Nehmen wir noch genug Platz, oder? Ja, genug. Boah, voll Seitenstechen, ey. Bam. Ich will den scheiß Aufzug hochkommen. Wenn ich wieder oben beim Salazar bin. Voll die schwarze Bestie hier eben, ey. Die Ladevorgang. Läuft. Ach ja, Leute, wie gesagt, im nächsten Let's Play, äh, ne, mein nächstes Let's Play, oder mein nächstes Projekt, werde ich der Pater spielen. Pater Teil 1. Salazar hat seine Chance. Krausser, hol das nicht. Oh, und, äh, die Disposen dieser Schweine? Well, du bist da. Kassier, das ist fertig. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ende des Kapitels. Nächstes Kapitel 4.2. Alles klar. Speichern. Beendet. Wo sind wir jetzt? Oh, das hab ich jetzt nötig. Midi-Pack. Haha. Spinat. Oh. Frodo, mein Freund. Alle drei. Ja, man. Frodo. Eine Nachricht. Eigentlich speichern. Ne, ne. Ja. Nehmen. Luis, du und die zwei. Der erste Kassadam. Bla, 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 bla. Fertig. Person per Munition. Speichern tu mir gleich. Erstmal handeln wir mit meinem schönen Frodo. Got some rare, what are you buying? Minenwerfer. Is that all stranger? Nö, brauchen wir nicht. verkaufen spinel die 2.000 das komplette haben wir bestimmt wieder 35.000 bestimmt vorliegen kreis mehr fahren ja neuerer kreis mehr vor wir kommen wir brauchen einen raketenwerfer genau hier hin perfekt ja wir haben genug platz hier noch natürlich froh du komm jeder zeug aber nur wenn wir geld haben und wenn du was gutes hast da kommen wir wenn du scheiß sachen hast da kommen natürlich nicht da könnt ihr selber eingehen wie gesagt elektro waffe oder irgendeine elektro schock waffe geht ja freischalten aber ich finde es unnötig brauchen wir nicht ab kapitel 42 alles klar leute ich posiere mal wieder die aufnahme und kommentiert meine videos abonniert mich schreibt meinungen wie ich mich verbessern könnte mich mit kommentieren oder irgendwas bleibt dran videos kommen immer wieder neue jeden zweiten tag jeden dritten tag kommen neue videos also von daher bleibt dran guckt meine videos an und habe spaß dabei erfahren alles klar